. 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 Noch eine noch eine noch eine noch eine... Noch eine noch... Noch eine noch eine. Nice. Links wieder. Das war der... Noch eine. Noch eine zurück oder? Nice. Just Mason, Flex also towards that in between Flex. Oh, my God. Almost got the knife kill off. Thunder with the Pistol in hand and's locks. There's no way there's no way to jump headshot. Oh, Snorx, does it, Snorx, this should be Dark Warrior's round in the making really, but Snorx coming out of the cage, should be able to find an easy kill there, and what a Flickshot coming in from Snorx, finally the first round here, 14 Flipzons getting tossed in, and they all gonna start pushing down below 40 on 21 HP, can't make anything happen, Jin's already on the road, he is looking for the first let's drop off Snorx takes him out too! Nee, also nicht ganzseig, du kannst ganz fahren. Egal. Einer close an der Gitter. Noch einer, zwei OVP. Jin und, einer 5VP? 2 unten noch, ja. Rot einer. Lasst die Wood wollen. Rot für einer. Nice! Noch einer 5VP! Zwei OVP, zwei OVP. Ich hab noch einen Gilt in den noch. Einer spielt, zwei A. Links, Domi. Ja links, links, links! Nice! Eine noch low, eine noch low. NICE! Let's go low, 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 zusammen! 5xP! Hinten, low, low! Nice, aber schön, ganz stark! Du bist stark, ich mach einen! Das meint! Jetzt rennt er einen VP, Jungs! Da ist ein, Alter! Nice, das war der! Da ist oberhalb runter, runter getrappt, runter getrappt! Push den, push den alle, push den alle! Spot, 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 spot! Letzter Waste, letzter Waste. Ich bin mit der Durchführung. Der kann nicht zählt, der kommt. Platz, zwei hinten kill. Rück, zurück, zurück, zurück! Ich bin mit Fulltaf! Nice, wenn du aufgehst! Warte, warte, warte! Bies, ein guter Push-Up, man kann den Snogs runter. Jetzt, nach links, 25 Sekunden, das ist das, was passiert, wenn du den Knopf runterstuhlern. Er wird von Cooper gesucht, um den Knopf zu holen. Er wird von Cooper zu holen, um den Knopf zu holen. Er wird ihn aus. Er hat einen in der Körner, das ist ein 2-Piece für Snogs. Er wird von Jen. Er wird von Jen. Er wird von Jen. Er wird von Jen. Er wird von den Knopf zu holen. Runden ein 1-on-3 mit 50 Sekunden, um Herzen zu holen. Es wird von Jen. Er wird von Jen. Er hat eine 1-on-4 mit 25 Sekunden zu holen. Und er hat es durch das Spawn gemacht, aber das ist nicht passiert. Und das ist ein GG, Leute. Flippside Tactics win diese Qualifier. Und sie werden Europäer representieren. At der Crossfire Stars Invitational in Vietnam, Hanoi, Leute.